To Eden Also die Feuerkraft von meinem Schiff ist cool Wo ich mir eine Waffe abgeschossen wurde Oh, 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 pass auf dass du nicht in meinen... Ja, ich pass mal lieber auf dich auf, ich schiesse nicht auf dich Das habe ich aber... achso, ja, stimmt Einige Waffen... meine Waffe könnte das, glaube ich Mal testen Ja, meine ist... siehst du mich gerade? Guck mal hier, mein einer kann ich... der ist gegimbalt, siehst du das? Ich bin in Kontakt Woah Was ist das? Äh, Joystick-Okenknopf Oder, ich glaube, Post, Bild, 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 Bild up, Bild down, irgendeine davon Okay, drück nicht Post, der kann es ja nicht mehr steuern Hey, mein Schiff brennt nicht mehr Eigentlich könnte ich das mal aufzeichnen. Hostile zerstört. Ich fahr meine Energie mal wieder hoch. Hostile zerstört. Verwärts. 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 Wieder? Verwärts. 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 Hostile zerstört. Nööööööööööö féerrikette abgeschossen. Ja, da kommt gleich ne rakete bei dem femmes. Woah, nein der ist ausgewicht! He muss sein. Ne, da ist er explodiert. Kontakt. Verwärts. Verwärts. Pol overarching. Vor batele. Kontakt. Ich schieße auf den ersten gleich eine Rakete, wenn ich in Reichweite bin. Oh, der ist im Trümmerfeld, da kann er das. Okay, zwei raus. Flügel, 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 Flügel. Whoa! Wie schwer, wenn du mir immer genau durchs Feuer fliegst. Ah, dann ist man wieder geschafft. Essen. Guck mal, das ist ein Bug. Ui, jetzt fliegst du in der Außenansicht? Weil er immer irgendwie die Kamera wechselt. Wow. Ja, aber der ist noch heile. Ist nichts abgebrochen. Guck dir über die Schulter. Stolzschild. Stolzschild. Komm, der hat schon kein Triebwerk mehr. Stolzschild. 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 Oh, dir fehlt einer von deinen Querstreben War auch knapp Untertitel, Refresher Shields Refresher Shields Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020